Nein, ich lasse jetzt das einfach drin, weil das Gag. War plus 300, wenn wir das gewinnen, Boys. Ja, same! Ich nur 123, auf meiner Weise. Aber das check ich schon nicht. Habe ich das drin, dass ihr Crosshairs von anderen anderen? Ich glaube schon, ja. Okay, perfekt. Ich bin mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher. Schauen wir mal, wie es läuft. Ich habe ja zum Glück gar nicht von euch den Code geschickt, wo ich wieder kopieren kann. Du hast mir geschickt, ey. Amen, oder? Oh shit, das ist gerade schon los. Amen! Amen! Ich war ja voll im Rico 69. Geig! Geig! Ja, ja. Geig! Oh, wie lebt das? Nein, da habe ich auch gefressen. Oh, der hat doch 5-7-Kette. Ich habe auch einen Call. Ich habe wirklich auch einen Call. Oh, ich habe Bombe, ja. Hecken Sie mich von hinten bitte, von hinten decken. Ich höre das schon nicht. Oh, fuck! Oh, fuck! Von hinten, ja. Oder? Ja. Boah! Ich bin... Ah, hey! Haben wir den... Oh, Mann, ja! Wir machen kurz Time Out, ja. Okay. Wir schauen jetzt schon. Wir müssen scheißen, gar. Hey, Mann! Mit dem Cam Gun, der Arcade. Hey! Ich kann den Riko 69 los. Hey! Guck, um den Sack hatte der Alex. Schiess mich voll an. Gib ihm gleich alle Suck. No, fin! Da schiess der Queenie an. Hey! Der Queenie? Der Queenie, Mann! Der Queenie, Mann, ja! Ja, sogar der Queenie. Warte. Der Quentin. Quäferin. Ah, jetzt ist er schon wieder unter Patoffeln. Kannst du mir mal auch was tun im Haus, Alter, du Sauhund? Ja, wir müssen nochmal Time Out nehmen. Jetzt müssen wir so die Wäsche machen. Ja, schnell, 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 schnell! Wir haben 17 Sekunden chillen. Neul aber 20. Ja, boah. Du hast ja 17 Sekunden. Ja, ich hab noch nicht einmal Jaleel gekauft. Ah ja, okay. Dann noch Denied. Jaleel. Denied. 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 Das wird sogar weiblich sein. Das ist Galil, oder? Jaleel. Galil ist Stabil. Der volle Name ist Jaleel Anzehend. Anzehend. Kann man voll hoffen, oder was? Ja. Hey! Wer hat sich jetzt da von einem USB holen lassen? Ich bin denk, du bist scheiße. Hendruss, Hendruss, Hendruss. Ramp. Ramp ist dead. Da rotiert nicht mal einer von B, weil ich alle schon auf A sind, oder was? Sack mir drei. Ja, schieß mich nur schon wieder an. Hey, König. Kann man mal jemand... Ja, was Queenie? Queenie. Was ist das für Fadenkreuz eigentlich für der? Hä? Was ist das für ein fucking Fadenkreuz? Ich bin Second-Frager. Ich weiß nur, dass es dein Problem ist. Ja, Alter. Du bist Third-Frager, das bist. Oh ja, jetzt hat es mich runtergestuft, sorry. Der allmächtige Vigian Viviansko ist über mir. Der ist versteckt. Jetzt rushen wir. Ramp. Ramp. Ja, ich glaub bei der Gegner ist der Gokki B. Floki auch. Gokki MC Floki. Die haben einfach gesmockt da. In der Mitte sind Nades gekommen. Der Nade war von mir. Ich krieg direkt einen Headshot. Ich bin so rein an meine Lupe. Durch den Smoke. Run and Gun. Kommt schön. Rauf. Der mit der Schock an die Schmitte wegrennt. Ich bin so blähnt sie auf. Ich fall nicht runter. Ich bin so schlecht. Der mit der Pumpgun ist gekommen. Wie kann ich das instehen? Der hat dann an der Pumpgun geflogen. Was? Können wir uns jetzt aufs Spiel konzentrieren? Ich bin so schwer. Ich bin so schwer. Ich bin so schwer. Intense. One versus one. Intense. Wie kann ich das instellen? Das sind die Fadenkreuze. Unter Einstellungen. Boah ist das los. Ja. Einstellungen. Spiel. Fadenkreuz. Ganz unten. Spieler. Fadenkreuze anzeigen. Vorletzte. Alle. Ah ja. Immer. Dann siehst du von jedem das Vorderkreuz, wenn du ein Spectator hast. Vorderkreuz. 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 Wasst du noch. Gefning den Grenzen fertig. Der zieht hier noch die Schockgannen, der Sauhund Auch auf A sind immer noch zwei Typen, die probieren mich kläglich zum holen Das brisiert mir auch öfter, weißt du? Ah fuck Noch mal Hits kriegst Ja, close rechts mit der Schockgannen im Magnum Kommt zurück Ich glaube, letzter ist auch Letzter ist glaube ich A gewesen Nein, voll, echt? Letzter ist A gewesen Ich habe auf Ramp mit zwei anderen gefightet und einen habe ich gekillt Dann war ich auch Ja, voll drückse Boah, ist das dunkel? Boah, ist dunkel und ich bin auf deinem Bildschirm, wo grad voll die Flash hin erschöpbert Der andere, der ist da runter Das habe ich davon, das habe ich davon Wo hast du denn One-Tap, Sir? Hat irgendjemand denn One-Tap? Nein, ich habe ihn nicht, ich habe ihn nicht in den Hinterkopf gekriegt Der One-Tap war aber ziemlich in der Füße Du hast einen One-Need Kann mir jemand lecker? Ey, mit einem Top-Frager lege ich Hals, da nimm ich eine Seele Kannst du mal ein Pistol droppen? Na so, ja, okay, schade Simon, dropp Oder der Ding, danke Ihr dropp ist ja der Ding Die gang jetzt wieder da Der Fall Die kommen voll mit, voll mit Hilfe Sie haben einen Steps gehabt, die sind vielleicht schon Leiter, du Nein, nein, ich bin Leiter Haben Gelüge ich ab, beide Kannst du Leiter rauf fahren? Ah, hin, aber Leiter Ah, ich bin tot Ja, Leiter ist schon da drin Oh, Entschuldigung Ach, du bist Wieso? Ja, geh Hol der denn jetzt den Leiter Hol der denn jetzt den Leiter da Ah, der ist schon tot Geh mir hin, Bernd, springe abe Lauf da jetzt abe mit den Axten Ich bin voll so fünftig Er war short, Bernd, pass auf Das ist die Sie-Mode Das ist die Sie-Mode Das ist die Sie-Mode Ja, das ist die Sie-Mode Das ist die Sie-Mode Ihr werdet mich komplett faken, die Runde Er ist hinter Sundeig, Sundeig Sundeig, Sundeig Mehr so ein Attack, Bernd Mehr so ein Attack Was ist los bei euch? Oh Simon, das wirst du nicht schaffen. Ich bin ja gesoffen oder wie? Ich auch nicht. Warum, wo man ausseht? Bitte. Ja ja, Vivi wird schon wissen warum. Du, Bernd. Ich muss fünfmal Wäsche machen, bis ich bin in einem Game hin. Ey Bernd, gib mir bitte AK. Links von dir. Ah, dreck. Ja, komm. Du schon. Mann. Hast du nicht ah, dass du deine Team- Aber hast du nicht ah, dass du deine Team- jetzt durch die Wand ziehst? Ah, du hast zuerst schiessen mit der Vivi an, weil er gedacht hat, man hat keine Ahnung, was er sich denkt. Er weiß es nicht. Ich krieg ja eine Granate. Weil vor dir ist ein Gegner abgedroppt. Der, wo ich dir helfen wollte. Ah, deswegen habe ich die angeschossen. Die Flashback nehme ich wieder auf mich. Ich bin nackt. Oh. Aber zusammen geschossen hat dir das nicht. Boah. Das ist ja nix mehr. Ich sehe auch gar nix. Vielleicht ist wir da. Ich bin so schlecht. Da war noch wohl die Ladder-Room-Gun. Da waren zwei, da waren... Ah, EV, AVP. Achtung über dir. Wir kommen B. Ich glaube, wir haben B. Versuch das Shot, einer vielleicht. Das heißt, vielleicht. Dann schieß ich einmal um. Ich habe die Shotgun von der Mitte. Oh, fuck der. Der ist auch close mit Shot. Können wir öfter machen. Noch einer rotiert von der Mitte her. Der ist jetzt B. Sollen wir angehen? Wie? Ich glaube eh schon unterwegs zu fahren. Was? Ah, na! Der pusht mich im Underground. Wie hängt er? Ich habe da WP. Der letzte ist Stierger gewesen. Stierger, nein. Das sind nur zwei. Ah, ja. Aber ein gutes Cross, ja. Wäre es noch ein bisschen größer gegangen. Ja, ja. Ich du. Ich bin schon übelst nervös. Ja, wenn ich du wäre. Nein, nein. Ich siehe, meine ich. Ich bin nicht nervös. Ich habe ein großes Faderkreuz. Da kann ich viel treffen. Ich glaube, da muss jemand was kompensieren. Ja. Ja. Wie ein kleiner Rödel. Hätte man so einen Fisch schiessen können, wenn ich oben gestanden wäre. Was? Ups. Ja, danke, dass keiner Time seht. Wo sie dann einen AWP in den Pik. Boah. 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 Bestopp für dich jemand, Simon. Der hat immer Schock an Schmutzli. Kannst du mit mir picken, wenn der raus hat? Ich habe gedacht, ich lasse es sitzt, der Schmutzpick. Oh. Danke. Danke. Danke, dass Sie. Au, au, au. Ah, und dann in der Mitte links, ne? Mit dem Cross hier wirst du verrufen. Mit dem Connector. Eine Minute. Das stand an der Links, Links bei der Säule. Ganz hinten, schöne. Vor der rote Küche. Ja. Jetzt fang ich mit dem Scheiss an, obwohl das vermehrt auskommt. Hast du noch Zelegte? Nein, danke. Okay. Oder soll ich da ein Promiller sagen? Ich habe noch ein Promiller. Du hast noch ein Promiller, okay? Warte. Es wird also die Auto-Akt in der Hand. Nein. Die Rush ist voll hoch, gell? Ich habe ihn dafür cold, okay? Mitte Pusht, ich bin low. Mitte Pusht immer noch. Hey, ich bin On-Spot, Guys. Oh, wo ist die Bombe? Ja, sie haben gepusht und ich bin runtergefallen. Passt auf, da stehen zwei Leute oben da oben, gell? Und ich immer runter, vermutlich. Okay. Ich weiß nicht, wer war das? Simon. Wo ist der? Nichts am Spawn. Wo am Spawn? Er wirft da nicht. Ja, aber es gibt unten oben, er hat links weg gesmockt. Eben oben. Oh, er ist close da. Irgendwo. Warte, ich hole ihn von hinten. Ah, ich hole ihn nicht von hinten. Oh no. Er ist im Zwischengang. Er holt uns jetzt alle. Ah, nein, natürlich, nein. Außer der Alec, den holt er nicht. Er pusht natürlich rein. Er tut die AK mit der Restriff ein bisschen. Ja, wirklich, gib sie wieder her, Alex. Also doch. Nimm du das Geschwür, was du da hast. Das, was vorher deinem Besitz war, man. Ja, leider. Ja, leider. Vertrauen nie auf Gewinnspiele von Simply the Wii, der Hund schiebt da. Ja, ja. Hauptsache, ich will ja ein Tor-Gewinnspiel gehen, aber dessen AWP ist noch im Inventar, oder? Nein, ich habe ihn neu gekauft. Weil die cool war. Der in der Mitte ja meistens schon kann. Ich habe einen Pick auf B, gell? Der ist dahinter. Aber es ist noch mal einer hinten auf B drauf. Komm, Alex. Wer ist frei? Nein, einer muss noch B sein. Einer war bei mir, einer war bei mir. Go. Ich plane da jetzt, gell. Entschuldigung, A-Ramp war der eine. Der ist mir ein bisschen zu gefährlich da. Verbiess die. Ich habe die da, Simon. Das ist mein Freekill da. Das ist mein Freekill da. Mit meinem Deagle-Cross, ja. Hey Alex, die Fleisch wird in der Hose. Jetzt wird's schiessen. Hast du die Hose aufhören, oder wie? Das Fleisch wird brutal hängen. Wenn ich das... Hinein ist der ja gratis AK. Habe es ein Ecke. Ich habe die Swag7 wieder ab. Das ist echt zum Kotzen nicht. Das ist einfach ein Highlight. Da bin ich mit einer Diegel in die Runde gestartet und mit dem AK bin ich rausgekommen. Das musst du merken. Unsere Ecos werden sie bringen. Das war kein Eko als ein E. Hast du echt, oder? Ja, als erstes Mann. Du passest die uns schon an. Zum Glück haben wir da Vibi. Magst du mir da legen? Hey, voll gern. Danke. Hey, Promille. Ja. Ja. Ich habe A wie B. Oh, ey. Gott sei Dank. Oh, ey. Das Vertrauen, ey. Gut, dass es die Bühne bei dir ist. Gut, dass es die Bühne bei dir ist. Aber da steht jemanden fix auf B. Jetzt auf der hat da. Ich weiß es nicht. Nevermind. He is dead. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass einer auf B ist. Ja, nein. Aber ich habe gerade Granaten gesehen, dass er irgendwo rumgeflogen ist. Hey, wer ist ihr? Hey, ich bin schön, dass er da voll. Hey, ist doch nicht klar. Hey, verhälst du kurz, oder? Ich bin klar. Mit der Clear. Go, plant. Wie ist der? Hey, die waren wir nicht. Da, ich fische meine Smokes. Links außen. Du smokest die da, oder? Ja, warte mal auf mich. Ich komme jetzt da in der Mitte. Ah, da ist noch einer. Da ist noch mal einer On-Spot irgendwo. Jawoll. Da muss er zuerst schon mal gucken, welcher Balken von seinem Forderkreuz ist richtig. Hey, ich habe da genau seinen Kopf mit mir zu nähern können. Ich habe genau gesehen, wie es ausgerichtet hat. Ich habe zickelt, der hat mit dem Rücken zu mir, der war am Reloaden. Ist gestanden. Geil, ja. Geil, wie so ein Forderkreuz, das eine Kopfform hat. Wie bei so einem Passfotoautomat. Wo genau der Kopf in meinen Rahmen hin zu tun. Oh, der hat der Scherle gekriegt. Ja, danke. Geiler Molotow. Der ist ja richtig nutzlos. Da war es mal. Da war es mal. Ja, aber es klappt da jedes Mal. Das heißt, das sind drei Leute mitten. Da liegt dann in dem kleinen Gang. Ich höre, geil. Ich spiel. Ah, der ist noch einer. Ah, der ist ja close. Rechts von dir war noch einer, Simon. Ja, der war close. Oh shit, da kommt noch einer. Ja, dann habe ich einen Knall. Ja. Wo? Hinten vor? Ja, da war er halt auf B drauf. Mitten drauf. Alle ist in den Königs in einem Forderkreuz. Jeder ist in Königs Farbe. Ich bin in Mitte. Ich bin in Mitte. Ich bin in Mitte. Ja, ja. Ihr hättet holen Bombe. Es ist unten, oder? Ja. Die Bombe ist unten, ja. Ja. Aber die hast du beide oben. Ich habe einen Step gemacht. Das ist jetzt mein Tod. Der kommt raus mit seiner Pumpgun. Und dann nicht! Er ist auf A, der Ratsch. Ja, ja. Lassen los. Ah, meine Gülle. Das ist schon Spray-Pattern orientiert, hast du das gewusst. Wenn du ein Gegner dort ist, zielst du zuerst in der Mitte auf den Kopf und dann zielst du mit dem oberen Balken auf seinen Körper. Das ist... Ah, wie lange gefeintunet denn deinem Fadenkreuz. Das ist alles. Wie wirschangst dich holen, Alter. Jetzt bin ich hör dir gerne. Zwei Stück. Wann ist schon unten? Glaub ich ja Wann? Nobody, no Zwone, gell? Die sind wahrscheinlich auf A Denk Wann? Ah, ist schon noch dead Go, go Iwi, ich ruhe jetzt, boi Go, go, Power Rangers Ah, Iwi erkehlt Wow, danke für die Entdeckung Danke für nichts Wo? Unglaublich Ja, Alex, gib Gas Auf den Spot, dude Auf den Spot Ja, ohne So, dann facen wir den zusammen So ein Spaß Das ist unglaublich Ah, schönes Tunie Tunie, du brauchst ein kleines Adekritz Es ist ohne rum Es gibt doch eine Chance, da geht es um den Töten Ich habe mir immer einen Hedge gekehrt Ja, und dann hörst du, wenn du das nicht Doch passt Weißt du, ich will es gar nicht wissen Ich spiele sogar noch auf 2k Bei mir ist es noch ein kleiner Wie bei euch vermutlich Es ist, wenn du einen Daumen ein Bildschirm hält So gross wie den Daumen Jau Ich muss jetzt mal vor dir sterben Also, ich gehe mit Simon Ah, das ist total Das Fahrrad hat für das Fahrrad Das Fahrrad kürzt halt jeden Ich gehe an Ich bleib mit da, in der Falle ich dumme lauschen Stech dich gleich ab Ja, komm du her Die müssen A oder B kommen Die Mitte ist Silence Ja, Steps bei uns War das ein Call oder Was ist bei uns? Ist bei uns B oder bei uns? Wow Der Megatron hat da Ich habe einen Megatron nicht durchgenommen Wow Ohne ist Ramps runtergelaufen Aber leider nicht getroffen Warum auch immer Oh nicht Hier hinten hat eh keiner einen Blick Es ist auch ein Tch tch t.ch tche 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 Tch tche 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 Das würde man doch vom Team einen wegstecken, oder? Ja, und er hätte auch nur den Defusor-Typ wegschissen müssen mit dem Verloren. Aber er rennt lieber zurück und aimt auf den Shot. Da kommt einer Buben, da kommt er! Ich schiesse mir in die Hose. Essen wir daneben, Megatron, Big Sex, Pocky McFlocky. Wenn meinst du jetzt? Er fliegt dagegen, aber niemand wird der Fiat Quakumozi 1,4 Liter Jetfire Diesel. Noch mal bei uns, glaube ich. Also A. Ey, den A-Rap, alle. Ich bin nicht weggekommen, ich war schon hinterher und hab zwei mitgenommen. Ich hab's gemerkt, da sind schon abgelaufen. Wartierend, ja? Hi! Ja, einer war, glaube ich, noch ganz hinter mir. Ja, auf B. Boah, was tun wir da? Wir hat ja einfach auf B kommen können. Es ist nur einer, wir facen den Sam-Bild. Ich will, nein, ich will dir gut den Nudelstern. Ich würde echt voll gehen, Leute. Ich würde voll gehen, Leute, Team killen. Aber ich krieg einen Bann. Das ist so... Du weißt schon, du darfst allgemein nicht so viel Damage machen. Es geht gerade nicht um den Kill. Ja, darum hat sie mir das letzte Mal gleich geworfen. Mau. Ja, aber sprich schon vor mir in die Nasen. Was ist los mit dir? Ja, warum schiessest du einfach? Kannst du eigentlich noch? Unglaublich. Einfach Kugel gerettet. Der Bernd, es geht weiter. Ja, geil. Komm bitte, dass der König jetzt möglichst drei Kills holt, die Runde. Mach halt selber welche. Hey, wieso? Mir geht es nur um Damage. Kills ist relativ tot. Boah, ich bin so blind. Ich bin so blind. Ich bin so blind. Biss Club. Haha. Jut, Short! A Short. Ja ja. Ramp, kommt! Rechts Close. Wer ist noch nicht da? Na, ist unten im underground, ich meine 1 AB Wir sehen Fisch B Nein, da ist schon auf B Nice Ja, war da Warte, ich habe von da keine Chance, oder wie? Boah, jetzt Flashbang Gameplay Jetzt will ich Gameplay sehen No, Flashbang Ah, da haben wir einen Hund Wo ist denn das Gameplay? Nimm die AW mit Nimm die AW mit, unbedingt Schade Hilfe, BB Ja, BB Boah Ja, der Sprung hat ihn geslaved Wer hat sich abgerollt, hast du das nicht gesehen? Boah, fast Fast hätte ich einen im Spawn Wer will denn den Schmutz der Spieler? Boah, das ist Safari Smashed Vivi spielt doch gern mit solchen Skins Das ist die billige Dragon Law Vertrau So, sollen wir Das ist der einzige Skin, der hässlicher ist als eine Skin Sei nicht so gemein Aber ich Oh, da sind ein paar Mitte Boah, er Boah, er Ramp Ich bin schonmal einer auch gesehen, nach unten Oh, er noch einmal Immer nach Mitte Ich komm Mhm Die haben mich weggesmoked A, B Komm bitte rauf, ich habe keinen Bock, dass ich jetzt von der Mitte gefickt werde Mit der Mitte ist einer, der ist Der ist Du weißt, da links schon durch Na Der läuft durch, der läuft zu A Ja Genau Boah, komm jetzt, da ist noch einer auf B gsi Wo? B Achso, das ist der Vivi gsi, sorry Der blind, auf A Renn durch, den holt er, den holt er, den Halunken Bernd, mein du hast einen Traum Oh, boah, genau Der läuft voll weg zurück, der ist schon wieder andere, andere Ander, andere Ist noch ein Alarm wahrscheinlich, ja Oh, sein Ich guck auf dich, was traust du denn, dummer Ich guck auf dich, und zwei Gegner sind Nee Ja, in echt, oder wie? Machst du in echt komplett zurücksmoked Hast du denn nicht gesehen, wo er hinter einer weissen Säcke gestanden ist? Der ist hinter einer Smoke gestanden Halt hinter einer Smoke Nee, hinter hinter, bei mir bei der Rampe Ja, der noch bin ich gesehen Ja, was tun wir jetzt, boah, Eko, Frego Eko, Eko, fresh, durch die Mitte Hüni, ich bin hinter dir Kommen da Boah, die Pumpkin hat mich gestoppt, das klopft Boah, nein, nur ein Teamkill Gange mit dir, schau ich immer Ich heb das Easy, Buben, ich holen wir Er ist Mitte Viele Steps, Mitte Guck mal, da Mitte Guck, oder Mitte Wööö? Zwei Mitte Einmal Döner Und Vivi, gib ihm alles Ei Meiii Áaah, dennochladestchmüssen Vivi Den hättestchkehre Ein klassischer Silberfehler beim Nachlader rauszupicken. Ja, haltet die Wurst, ich glaub's ja nicht. Wahnsinnig. Ändert den Videotitel schon, ein Lern-Silber-Players-How-To-Play. Wenn es funktioniert, funktioniert es. Aber ja, König, ich hör' dich nicht. Ich mach' halt Frags und vertoll' Hederer. Warum redest du denn zurück? Ach, ich hab' ihn nicht, statt von einem Baumgang gekriegt. Echt? Ja. Ja. Ich smoke ihm Mitte und er selber zu, ich bin so ein Idiot. Ja. Endlich mal, hast du was geschiehts gesagt? Ach, der Daul gibt's einen Sinn. Wie er jetzt ihn nicht pushen muss, dass er einen kleinen Daul mitfällt. Ach, komm, halt die Fresse dahinter. Ja, verdient. Da hab' ich noch einen Kill mehr. Hier in der Mitte, oder? Mitte oben, Mitte oben. Oh wie, bin ich noch Top-Frager geworden? Nein, natürlich nicht. Nicht einmal mit dem Extra-Bonus-Kill. Oh, Tobi ist weit weg. Oh wie, wie über 100 KDA? Das hab' ich noch lernen lassen. Ey, was ist so los mit eurer Headshot-Quote? 100%! Oh Mann. Ja, GG. Schon um die 50%. Wer played? Jungs, GG. Jungs, GG. Jungs, GG. Jungs, GG. E нев Mann. Anda repariert, Alter. Vielen Dank.